Applaus Lang habe ich nachgedacht, wie man die letzte Disco macht. Sag ich unter Tränen schluchzend, jetzt ist alles aus. Nein, das soll kein Abschied sein für immer von der Show. Nur von den fünf Buchstaben D-I-S-C-O. Rivelle von Haydn Von Haydn, Aristokrat, schön. Und viele Damen gewann ich nur durch Beherrschung der Literatur. Sein oder nicht sein, mein Hamlet traf. Geh ins Kloster, Ophelia, ich lieb Elphi Graf. Und dann machte ich ihren Antrag, war wohl nicht mein Tag die Nacht. Sie fand, dass man das nicht in rot karierten Hosen macht. Da sagte ich ihr nach Shakespeare, naja, der hat schon gut überlegt. Es kommt nicht auf die Hose an, sondern auf das Herz, das darin schlägt. Das nennt man Liebe. Und noch heute spüre ich Goethes Faust im Nacken. Och, er weint, weil ich Mephisto war. Ich bin der Geinst, der stets verneint. Weshalb sich das Kino um mich riss, ich aber Brandauer die Chance überließ. Das nennt man Lüge. Sankt ne Dame hin, sang nicht im Lieden Melodien. Weshalb ich sozusagen Diskos-Lagersänger bin. Für Bea, Elphi, Karin und mein Herz sank auch wohin. In Sachen Liebe haben manche Damen mich schon mehr als amüsiert. Wie heißt's, der Kavalier genießt und schweigt. Ich würde sagen, der Showmann küsst und moderiert. Doch wie's da drinnen aussieht, hab ich der Presse kaum gezeigt. Man wollte Farbbildprogramme. Wie Ilja mit Marianne, ich war Liebe mit ihr ganz allein. Ein Frauenblatt wollt Ramona, pflegt Iljas Ärmelschoner. Wen ich auch küsst, gleich gab es Hochzeitsbimmelein. Liebt Iljan Zwilling oder Ute Willing aus der Sesame Street? Fragt den Journalist, der seine Tipps vom Krümelmonster herbezieht. Jetzt dreh dich offen, weil's heut ist. Brauchst du ein Herz, Lena, verleiht es. Iron ist menschlich, schier famos ist auch die Ros. Aber dann gab es eine, naja, heut kann ich's ja sagen. Wirklich treu war ich nur ihr, denn sie war meistens sehr lieb zu mir. Sie nahm mir Zeit, bracht mir auch, nein, ich weiß, die Disco-Show. Sie bracht mir ein Rolls-Royce, jawohl. Geschenkt von meinem Team als Show-Symbol. Für Erste-Klasse-Entertainment! Für Erste-Klasse-Entertainment! Untertitelung. BR 2018